Hallo, ihr lieben Menschen, die ihr gerade hier online seid, auf der Hake-Seite. Mein Name ist Dittmar Bachmann und ich werde demnächst in Steinke Bachmanns Comedy Corner präsentieren. Ab nächstem Jahr, im Februar, geht es los. Warum Steinke? Warum? Weil es das geilste auf der Welt ist. Tatsächlich ist es so gewesen, dass mich zwei liebe Fans, die hier vor Ort wohnen, angeschrieben haben und gesagt, warum findet ihr nichts in Steinke statt? Und ich habe gesagt, weißt du was, wo soll ich das denn machen? Und dann haben die gesagt, im Hotel zur Post wäre es zum Beispiel eine Möglichkeit. Und dann habe ich den Sven angeschrieben und der hat gesagt, eine coole Sache, das können wir hier mal machen und wir werden das nächstes Jahr ausbilden und im besten Falle sind Sie, seid ihr alle dabei. Ich freue mich aufs nächste Jahr. Bis dahin. Ciao. Vielen Dank.